Moin Freunde, was geht? Willkommen zu deiner Runde Mario Party. Das war hier gerade eine Fettigstraße, das Ganze aufzubauen, weil wir hatten erst eine Aufnahme, die ihr vielleicht sogar davor gesehen habt. Da ging das etwas nicht. Und jetzt gefühlte zwei Stunden später sind wir hier komplett tot im Hirn und versuchen jetzt das aufzunehmen. Also falls ich das nicht davor geschnitten habe von eben, noch einmal um zu sagen, wer hier wer ist. Übrigens, hallo da und hallo hier. Wir haben professionelle Zeitkamera-Kestaktiven, wovon irgendwas funktionieren wird und deswegen werde ich eh nur die hier haben. Aber, ich hoffe einfach, dass passiert nicht und deswegen einmal den Namen zu stellen, dass hier ist Lukas. Leg mal da hin. Das ist Lukas und das ist Milan. Und wir haben schon mal Mario Party Runden gemacht. Wenn ihr euch angucken wollt, könnt ihr das gerne tun. Ich bin einfach Mario Party hinter Max Apey, dann passt das. Und jetzt werden wir die fünf Runden pro Folge spielen. Mal gucken, wie lange das wird. So ungefähr eine halbe Stunde vor Folge wahrscheinlich. Und wir werden jetzt ganz viel Spaß haben, aber wo wir innerlich ganz schön tot sind. Ja. Innerlich ganz schön tot. Wir sollten vielleicht ein bisschen mehr reden, damit die Folge nicht komplett langweilig wird, glaube ich. Also, sag mal jemand eher was Lustiges. Hodenkrebs. Okay, Hodenkrebs. Habt ihr schon mal Hodenkrebs gegessen, Leute? Ich hab's nicht getan. Habt ihr das schon mal getan? Ich habe halt die Fresse. Nein, hast du schon mal Scheiße gegessen? Nein. Oh, oh. Also, was hat mich zu sein, dass alle Beleidigungen in diesem Video sind nicht ernst gemeint, weil man Mario spielt. Doch. Ja. Okay. Nein. Erzähl es schon. Ist das jetzt das, was wir immer spielen? Hallo? Hm? Ist das das, was wir immer spielen? Ist das, was wir immer spielen? So, wir müssen erstmal die Reihenfolge nehmen bestimmt. Boom. Zehn. Oh Gott. Das finde ich ja gut. Das heißt, ich bin der Erste, der abdenkt. Ich dachte, das geht nicht mehr. Du wolltest was? Luigi? Ich bin Zweiter geworden mit einer 4. Ihr seid ja so Scheiße. 2 und 1. Was passiert jetzt, wenn jemand eine 1 und dann eine 2 hat? Ne, ne eine 1 und eine 1. Jemand anders auch. Geht das überhaupt nicht so farne? Ich denke, Daniel bis in den Tod. Schade, das hätte ich gerne aufgenommen. Das Duell bis in den Tod. Wie du das noch so lauter sagst, damit das auf jeden Fall auch in der Aufnahme ist. Was? Ekelhaft. 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 Okay, da ist das doch gegen den Feld, Leute. Bla bla. Mein A klemmt. Nein, das funktioniert tatsächlich. Das ist nur Fata Morgana. Ohne Vater da. Ne weibliche Fata Morgana ist ne Mutter Morgana. Was ist denn das? Alter, Alter. Ekelhaft. 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 Ich denke mal der Spieler mit der Nummer 1 hier. Startet mal. No, ne. Boom! Die Kapsel könnte ich mir auch? Die werde ich nie wieder verwenden. Und die sind nicht so, wie ich so gehe. Ich hab keine, was ich gekriegt habe, ich weiß nicht, wie das Spiel geht. Boom, Alter. So, erstmal schön. Drei Münzen. Ich bin Tabellenführer. Wenn wir in den letzten fünf Zügen, würdest das ein Duell gehen. Was machen die Cups? Ich kann die Cups hier nicht beantworten. Ich muss antworten. Es geht nichts mehr. Wie, es geht nichts mehr. Ja. Lukas, bist du vielleicht Meiji? Nein. Du bist traurig, nein. Lukas hat da die ganze Zeit reingezahlt. Ich steck nochmal neu rein. Nein, ich hab reingezahlt. Jetzt gehts. Ja. Alter. Lukas, du hast reingezatscht. Was heißt das denn? Ja, ich habe das größer und deswegen ist das auch Spannung gewesen. Ah, okay. Also achte das nicht. Das macht Spaß von mir jetzt. Ich kann auch gar nicht wissen. Ach nee, mit dem. Ich glaube ich leg mal gleich mein Handy mehr in die Mitte, damit alles gehört. Man hört alles. Okay. Okay. Ja, wir haben ja auch diese Seite. Da muss ich ganz eklig hin und her kommen. Ich bin gespannt wie die Qualität von diesem Video hier am Ende sein wird. Ich hoffe, du bist ja sehr wanzig. Und wenn lernen wir daraus das nächste Mal? Nice. Was bringt Kapseln? Verschiedene Sachen. Ja, mach einfach. Ja, schade dir nicht. Also wirklich unironisch. Schade, es dir nicht. Und wirklich was wir sagen? Mila, sag mal was. Hallo. Oh, hörst du gleich. Jan? 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 Hör auf, wir wissen nicht, dass er da ist. Ach so. Die wissen... Also jetzt wissen... Also Leute. Die anderen. Hinterm Bildschirm... Der ist doch der wette Bruder von Mila, nämlich Jan und der guckt ja welche Videos. Deswegen gehen wir da. Was ist... Was... Hast du gerade eine Kasse gesetzt? Ich? Lukas? Ich bin... Weiß nicht. Keine Ahnung. Ich weiß nicht wie das geht. Nein. Du meinst... Was passiert hier gerade? Eine gute Frage. Warte, was müssen wir abstimmen? Was für ein... Ach! Hä? Dann muss man denn abstimmen, was für ein Spiel gespielt wird. Ich hab eigentlich aufgepasst, was ist passiert. Ich hab eigentlich aufgepasst, was ist passiert. Ich hab eigentlich den Geigen Knopf gewöhnt. Du mal A, Milan. Anno. Let's start the battle game. Was passiert jetzt? So vielleicht mal die beide auf der gleichen Seite. Was sind die dabei? Kein Sinn. Achso. Ne, die sind... Die sind nur nicht... Da muss sie sein sollen. Warte, was. Pull your opponents of the platforms. Man muss halt einfach nur A drücken und die Leute da runterschieben. Ich glaub, das... Ich glaub, wieso muss man hier aus einem... Hast du Training gemacht? Nicht Training gemacht. Ich mach mal Training. Ich spiel' ja noch gar nicht. Ich kenn's auch. Kann ich... Schon. Also man muss halt die A drücken und die Leute da runter... Was ist scheiße mit meinem A? Das ist das Peck, das klemmt. Das ist das Peck, das klemmt. Ja. Was soll das? Uff! Ihr Fotzen. Rechat getoppt. Gleich gewinnt Lukas. Das... Das ist... Das scheiß Training fucking shit. Ich hab' mir nur... Ey. Guck dir mal in A an. Das bleibt immer... Das geht. Warte, du musst hier oben drücken. Hier. Hier. Der Profi. Ich hab' den immer genommen. So. Das kann doch nicht sein. Ja. 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 Junge. Kommt da einfach nicht mehr. Oh. Was kann nicht sein Buch? Und so. Ich will müssen ein bisschen leiser sein. Hä? Die ganzen Animationen... Ne, die war doch schon vorher. Junge. Was ist denn wieder? Hast du verloren? Junge. Ich glaub' jetzt schnell ich mir mal kurz die Schwächerkarte raus, ne? Genau jetzt. Jetzt nicht mehr. Die Witz muss ich hier jetzt mal bringen. Das will aber auch nie lustig machen. Das hol' ich mal wieder schon meine 10 hier. Zack. Immer in die Hälfte. Mann. Das ist jetzt so scheiße. Das liegt am Namen. Äh. Scheiße, ja. Wo ist der Stern eigentlich? Das sind Jahre Übung. Ist der Stern hier drin? Ist der Stern hier drin? Hat Erdbeer aufgepasst wo der Stern ist? Nein. Doch. Okay, warte mal kurz. Du musst... Ich glaub' wer hat dir den... Hat er dir den richtigen Blick vorgeschlagen? Ne, glaub' ich diesen nicht. Da lang. Und dann da lang. Du bist da unten. Warte, wenn ich hier hochkomme. Ja, da ist gut. Du musst da oben, da? Das ist gut. Er steckt mir nicht immer den richtigen vor. Perfekt. Nein. Warte mal kurz. Das war der falsche. Aber dann geht er automatisch nach da. Warte mal. Was war jetzt der Richtige? Weil man kann eigentlich sagen, ob wenn du sagst, dass es der Richtige wird, dass ernst gemeint ist oder ob du mich jetzt hier zur Sicht werden würdest. Nein, das ist ekelhaft. Das mach nämlich nur ich hier. Also für die Spiele, wenn du halt gewinnst, kriegst du halt Münzen, Glucos, wenn du die Regeln nicht kennst. Und Stern ist natürlich der Richtige wäre und da muss man halt endlich hinkommen. Das ist schon wieder 34 Münzen. Was ist das? Oh nein. Bitte zum Stern, bitte. Das ist kein gut sein. Ja. Das ist kein gut sein. Aber du hast keine 20 Münzen. Nein. Äh. Wer war Yoshi? Wer war das? Wettbelein. Nein, du bist Yoshi. Oh, fast aus dem Stall. Schade, schade. Das fängt schon wieder so gut an. Ich... Okay, ganz gut. Ich... will mich wieder will mich wieder aufmächten akb weil einfach die 3 müssen für dich aber kurz wie sollt ihr bei nur sechs minzen bis zu werden feld gekommen sind nein wir sind beide weil es ist normal das nicht weil du ehrlich ist eigentlich nur auf dem selben feld ist in den letzten fünf zügen bei bausa das land geht naja egal ich freue mich über meine münzen nicht verdient hat von daher passt das da war das ja du musst einfach lukas durch so einen raum gehen das ist ja gleich beim training und mit b möbel also bei beiden schlagen der einen bk durch waren quasi ein konzert auf fest also kumpas muss beiseite ich hab das extra ich hab extra gesagt jetzt damit das nicht mini spiel passiert ich hab da gerade das team geendet echt Das dauert sonst zu lange heute. Ich mach das in echt und dann haben wir nicht trainiert. Oh ne, das ist zu schlimm. Mit B, ne? Ja, mit B musst du ja einfach berät der Box, dass du ja durchkommst. Nicht überraschen, man kann ja gar nicht... Stress pur, Alter. Nein, ich bin hier falsch mitgegangen. Uiuiuiui, das ist ja eh nur Training. Ja, stimmt. Ich bin schon verkackt. Nein, ich hab verkackt. Ich hab auch verkackt. Alter, ich hab... Ich hab auch verkackt, oh ist das Müll. Warte, ich hab... Nein. Ich schlag den jetzt einfach. Ich auch. Das wird doch oft das Ernste durchzuspielen. Ich hab auch verkackt. Ich hab auch schon wieder verkackt. Obwohl, ne, noch nicht. Wie kann ich das jetzt... Warte, ich... Wir wissen jetzt wie es geht, wir können ja jetzt das Spiel starten. Scheiße. Warte, was macht man eigentlich, wenn Kränner ans Ziel kommen und alle verkacken? Ja, das geht nicht. Ja, wenn alle nicht mehr weiterkommen, dann... Dann gewinnt der, der am weitesten. Ob das Spiel das checkt, ist die Frage. Ja, safe. Hoffentlich. Ja, Mann, ich seh doch schon... Oh, Alter. Die Motte ist reingeflippen. Alter. Nein, ich bin ja so ein dummer Idiot. Ich bin so ein Vollidiot. Oh ja, wenn sagst du das? Was? Das sind die ja andere Themen. Ja. Ähm... Scheiße. Scheiße! Ich hab verkackt. Ich auch. Ich bin so dumm. Ich bin so... 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 Krass. Äh... Falls ihr das nochmal spielen darf... Darf ich auf den Tipp geben, dass man auch zurücksetzen kann? Das ist das erste Mal... Echt? Mit X oder Y. Eins von beiden. Ja. Ich hab trotzdem verkackt. Was sagst du das? Das stand in der Anleitung. Wir lesen diese Anleitung nie. Doch, ich liest die immer. Echt? Ja, und ich wusste es nicht. Ach, du liest die immer. Deswegen gewinnst du alle Spiele. Ich bin immer viel zu vor, die zu lesen. Ich lese sie auch so vor. Was ist da oben längst? Nimmt das noch auf? Ja, es nimmt alles auf. Oder? Ja. Ja, ich meine auf dem Handy. Der Bildschirm ist richtig. Wie bitte? Auf deinem Handy. Der Bildschirm ist... Der Bildschirm ist aufgenommen. Alles auf dem Kino. 10! Nein! 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 Hey, ist doch gut! Du kommst zum Stern! Nein! Scheiße! Kommt auf! Na passt! So. Kann ich nicht verdienen. Bist du mir bereit? Dankeschön. Mitleid ist immer schön. Ja, ganz schön. Geil! Ey, du kannst aber mit nem Münzzug fahren. Vielleicht bringt das ja auch was. Nehm ich trotzdem mal die Kapsel. Jetzt geht's schon wieder nicht bei der Kapsel. Das ist... Die Kapsel ist so ein kleiner Bauchfinger irgendwie. Das war aber schon immer so. Das ist... Das dauert mal ein bisschen. Ah, stimmt ja! Stimmt ja! Und das ist... Du kannst einfach Wow! Du kannst einfach nirgends die Events ziehen bevor sie auf die ganzen Felder abblenden. Wenn bei der man drauf geht, kommt dieses Event auskost. Geld für dich. Also würde ich nur noch mit Verzeichen was. Aber diese ganzen Menü ist auch wahrscheinlich, weil du mal ne gewisses Heldes zu was machen kannst. Hm Hm! Lass das mal bitte, Lukas. Am Ende passiert ja was nicht mehr. Jetzt passiert ja gar nicht. Warte, ich glaube, ich muss einmal... Dann such mal mit dem Ding da irgendwie sich zu bewegen. Ich hab grad einfach Ja gedrückt. Echt? Ja. Machst du das? Ja. Aber ich werde dich da... So ein Lächeln da gehen. Ich hoffe, ich kann's jetzt springen. Ich muss nur die Münzen hier rauskommen. Ich kann die kommen immer von oben. Also, ich finde das schlecht. Ja. Ah, warte, ich bin auf dem Track. Bist du leider. Das ist alles, was du willst. Ah, da kann ich mir sogar den Stern leißen. Das schmeckt mir aber gut. Das schmeckt mir aber gut. So, rechts, ne? Das ist doch richtig, oder? Ich glaube nicht, ne? Nein, du musst oben bleiben. Ja, Lukas. Hättest du uns mal vorher gesagt, dass man einen Zug setzen kann, ne? Mann. Das ist nicht so schlimm, der ist eh weg. Noch ist er eins. Ich bin durch den Zug zu weit gefahren. Du bist doch immer da angekommen. Das kann gut oder scheiße sein. Manchmal hat der Einzelspieler gar keine Chance, oder? Ja, aber es ist nie ausgeglichen. Es ist nie ausgeglichen. Es ist nie ausgeglichen. Hightencards? Was ist das? Ah, ich habe das glaube ich. Das ist mit dem... Ja, ja, das ist der. Ja, okay. Dann wird's detect your opponents by showing various attack signs. Ah, klar. Das ist wie die Schere schnell mit dir. Ja, mit B, A und X noch mal die Dinger. Und wenn ich es selber wie ihr, gerne von euch raus soll. Ja, der Sutter. Ja, der sagt noch mal wie... Ja, wie sagt man nen Ausdruck? A, X und Y glaube ich war das. B, A, X. B, A, X, okay. Dann verfällt doch eure Dings. Ich lass das. Ja, du lässt das. B, A, X. Einfach ehren einfach diese Klappen drücken. So scherisch, ein Papier mäßig. Guck mal, ihr werdet raus. Diese drei Runden. So, ich würde sagen, das wiederholen wir jetzt genauso. Warte, also ey, B ist Papier, was ist A? A ist Hand. A ist, äh... Ist halt egal was... Aber es ist auch alle in Hand. Auch wenn ich weiß, was es ist. Ist egal was es ist. Ja, am Ende ist egal was es ist, oder nicht? Ja. Eigentlich schon. Ich muss irgendwas drücken und hoffen, dass ich gewinne. Ja. Okay, okay, okay. Okay, okay, okay. Oh, yeah. Booyaka! Wie bin ich jetzt raus? Booyaka! Booyaka! Ey, Mann! Das ist so'n... Easy Game. Jungen, die Kunden auch lieben mich. Ja, sonst liebt dir auch keiner. Ich habe das verliehen! Das sind auch... Wie du direkt lachst, dann hörst du... Ich hab gewonnen! even 20% davon rumgehüpft. Ich hab das verdient! Ja, das ist... Ich verdiene das! Ich verdiene alles, was das ist ab. Dieser Web an Münzen... Ich verdiene nix, ich sag... Marc, du stehst aber am Startpunkt, hey mal den Meulchen! So, 10! Ich verdiene das! Oh Mann, was ist das denn so schlecht? fliegt schweiß auf die große Einzug fast wieder eingeholt das gefällt jetzt nicht sehr stark Luichi die 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 vielleicht vielleicht auch nicht So, ich will jetzt mal gucken. Hier, Map. Nein, guck mal, wenn ich hier rechts gehe und dann runter. Scheiße, ist ja eh nicht falsch gegangen. Oh, nur eine 4. Was soll ich damit denn? Nicht zum Stern kommen. Ich weiß es nicht, was ich will. Über diese Sache, dieses Witzschimpfen darf, selbst dich kaputt lasst. Nicht zum Stern. Leute, ich fühl mich halt lustig. Mach nicht mal zumindest. Du hast eine gespaltene Persönlichkeit, wenn's zum Mario-Party-Spiel kommen wird. Ich weiß. Ich habe das verdient. Wirklich? Da fehlt euch unter meinem Deckensturm. Och, nö, komm Leute, das ist ein anderes Spiel. Der Mario hat uns mal bis zur Leiter gestopft. Oh, der Würfler. Lass uns Mario Kart spielen, bitte. Können wir doch nächstes Mal machen. Nächstes Mal. Nächstes Mal Mario Kart, da bin ich auch dabei. Ja. Double Dash. Wir können doch zusammen aufs Kart. Aber nie wieder Fußball. Nicht mit Mario Kart. Ne, nicht mit Mario Kart. Oder das muss nach der Mauer kommen. Einmal, ein auf einmal. Man will normal friedlich spielen, er rammt in diese scheiße Mauer. Man kriegt diesen Stromschlag, ey, das ist so dreckig. Ach, das wo man einfach gegenspringen muss und nützen holen muss. Ja, das ist ehrlich. Mal kurz zum Training. Ist auch so random, am Ende gewinnt Marc. Was? 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 Oh, Mann. Oh, Junge, hörst du so viel ausgut, Yoshi. Nenn mich nicht so. Nenn mich gut gut. Ich komm da nicht hoch. Ey, was soll das Yoshi? Ey, Lukas. Yoshi. Kackendreck, ich. Alter war das schlecht. Aber dann trotzdem. Junge, du hast das 7. Du hast das 7. Ich komm da noch runter, du. Du nimmst das Training auch immer gar nicht ernst. Wer ist Yoshi? Und deswegen... Ich nehm das eigentlich voll ernst und auf einmal mehr Glück. Ach, das ist das Training gewesen. Ja. Ich hasse das. Oh, das ist spannend. Okay. Jetzt geht's richtig los. Ja, und jetzt krieg ich ordentlich auf die Schnauze. Junge, Bluetooth steigt. Da ist der Schrafikfehler unten. Guck mal nach unten. Oh, ich seh ihn. Ist das toll. Oh, ich seh ihn. Ihr Wichser. Ihr springt immer auf mich rauf. Ich glaube, ich hab das doch verdient. Ja, du hast. Du bist immer auf mich drauf gesprungen, wenn das stimmt. Komm nicht hoch. Nein! Wieso läufst du hier gegen mich? Wieso bist du auf mir? Nein, jetzt hab ich... Ich hab gewonnen. Ich hab so... Ich hab... Ich hab diesen... Infinite... Nicht so laut, nicht so laut. Das hab ich genommen. Mann. Ah, wer hat das jetzt verdient? Ich eigentlich. Das ist ja das Komische hier. Das hab ich jetzt erzählt verdient. Nein. Tum-Mongo. Ne. Ne. Absurdigkeit, ich sag's nicht. Das ist... Also... Du kannst auch nochmal auf die verbessere Map gehen. Lucas hat echt recht. Das war wirklich ne übelste Abkürzung. Da ihr eh zu diesem Stern da kommen werdet, werde ich da gar nicht mehr schnell hingehen, sondern hoffen, dass Spekulian, dass er oben einen Stern bekommt. Wieso? Kann oben. Wahrscheinlich nicht. Wieso? Weil wenn der... Wenn der Stern weg ist, kommt der nächste. Wieso bist du nicht auf dem Keining gegangen oder? Oh nein. Ich hab dich doch noch überholen können. Scheiße. Das Ding ist, ich hab gar nicht genug Münzen. Scheiße. Was ist denn eigentlich? Ich bin so dumm. Wieso? Der ist, wenn ich da jetzt hinkomme. Ich hab nicht genug Münzen. Ich doch 10. 20. 20. Ja, du bist 12. Nein, ich komm da hin. Oh nein. Ich dummer Drecksidiot. Oh nö. Ah, tut das weh. Nein. Nein. Das ist ja echt unverdient, ne? Den hättest du jetzt nicht gerne gekauft, der Stern, glaub ich. Das ist so Erster gewesen. Aber jetzt bin ich noch so Erster. Mach den nicht so. Ich hab's doch am Markt gegeben nicht. Wir sind ein Team. Es ist so. Oh, das tut doch so weh. Och man. Egal, du kriegst den nächsten. Nein. Wie man denn kriegst du drei Münzen? Ist doch auch was Schönes. Jetzt hab ich meine 20. Mann. Jetzt hab ich nur 20. Jetzt hat das jemand geplant. Was bringt jetzt die Banken? 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 Ich weiß nicht genau, was dann passiert. Niederkommt. Das kannst du auf der Fernseite eins von diesen Feldern tun. Und wenn ein Spieler draufkommt, find jeder 20 Münzen. Das kann ich also eigentlich reinkommen, bei Nieder machen, damit er den Stern nicht bekommt. Wenn er da draufkommt, er muss da drauf landen. Ja, du kannst es nicht aufmachen. Aber es kostet aber nichts für dich. Kann man das auf das Sternfeld machen? Ne. Probier's aus. Auf Sternfeld kann man das nicht machen. Probier's noch bitte aus. Probier's noch bitte aus. Ich glaub nicht, aber probier's mal. Sonst mach's eins davor. Das geht nicht. Ich weiß, dass es nicht geht. Okay. Nein, Lukas. Das wäre die Chance, diesen Milan aufzuhalten. Und Milan ist doch jeder Hauptböse, oder? Ja. Ich bin nicht der Einzige, der das nie gewonnen hat. Der hat dauernd von diesem Spiel... Okay, jetzt bist du auch im Taschenfeld. Ein Giftpilz. Du hast jetzt mal nur das 5-Würfen, glaube ich. Ja, das ist dann ja bei mir sowieso nicht. Eine 5? Wir haben morgen tot durch. Ich will eine Flower. Voll viele neue Spiele. Warte mal kurz. Nein, ich hab Training gemacht. Ich mach's aber jetzt zurück. Das ist doch gut so. Können wir ausprobieren. Ja, ja. Wir sollten aber wissen, wie das funktioniert, bevor wir's ausprobieren. Einfach mit A muss man Willpower senden. Wahrscheinlich einfach nur A-Spam. A-Spam. Ich hab leider... Das Ding ist... Milan hat Line-Controller. Ne. Warte, wo ist mein... Lukas Buck hat Line-Controller, mit dem ich so gut gewonnen hab immer damit. Scheiße. Was ist hier los? Wenn das in der Aufnahme kommt, ich schlach mich tot. Wenn ich in den Aufnahme reinkomme, ich lache mich so tot. Der hat das Bier ausgeschnitten. Apropos, bevor wir's vergessen hier. Können wir's verwechseln und rechnen? Was wär... Wie dann? Was ist das? Was hast du gemacht? Was ist das? So, nur kurz in der Aufnahme gestartet. Ja. Mit der Camp. Ich hab jetzt eine neue Taktik. Ja, Wally! Ja! Leid, der Lugas ist halt in der Leid. Ich hab Pause mehr. Hä? Hä? Oh, ich hab nach Pause gekauft. Oh, ich hab drei, zwei, eins. Was? 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 No, 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 no! NO! WALTER! Das kann nicht wahr sein! Schon wieder! Wer ist der? Ey, ich fass ihn nicht mal! Ich bin Boohoo! Das kann nicht sein! Das kann nicht wahr sein! Zweimal im Training! Ey, alter! Ich bin mir so fast aufschümmelig.